Ein spannendes Gadget des Tages erwartet Sie heute. Und da gehen wir mal an Ihre Tür. Wie ist das bei Ihnen, wenn jemand klingelt oder klopft? Das könnte sich auch ein bisschen schöner anhören, oder? Das geht mit unserem Gadget des Tages, denn wir haben eine tolle Klingel für Sie. Die ist unglaublich einfach zu installieren. Richtig, Reis? Ja, selbstverständlich. Und nicht nur, dass sich die Klänge mal ein bisschen verändern, sondern vielleicht hat jemand auch einen Gartentoreingang. Da ist keine Klingel, sondern erst drin. Und jetzt kannst du das, das ist nämlich per Funk gesteuert, überall anbringen, wo du nur willst. Wir haben im Freien 100 Meter Reichweite zwischen dem Empfänger. Das kommt jetzt rein ins Haus. Das käme zum Beispiel ans Gartentor. Und dann das, was du gesagt hast, das ist also enorm, weil ich kann hier wirklich zwischen 32 Melodien kann ich mir auswählen. 32 Melodien. Und das wird einfach in die Steckdose eingesteckt. Sie sehen es, wir haben das hier jetzt mal gemacht an einem Verlängerungskabel, damit wir Ihnen das zeigen können. Also einfach an die Steckdose einstecken und dann kann ich losklingeln. Ja, jetzt müssen wir uns ja schauen. Das ist ja innen, also im Innenbereich habe ich irgendwo Strom. Einfach einstecken. Und dann verbindet sich das automatisch mit diesem Teil. Das machst du jetzt draußen, Gartentor oder Eingang rein. Und jetzt drück mal drauf. Jetzt siehst du, jetzt haben wir hier natürlich einen optischen Effekt, auch für Leute, die vielleicht ein bisschen schwerer hören. Und eine Melodie, die wir jederzeit übrigens austauschen können. Kommen wir gleich dazu. Aber ich könnte auch, pass mal auf, jetzt bitte ich dich nochmal zu drücken gleich, sobald es aufhört. Jetzt ist der Impuls weg. Jetzt kannst du nochmal drücken. Jetzt sind wir auf lautlos. Ah, nur nicht. Jetzt haben wir nur das optische Signal. Und wir können auch das optische Signal ausschalten und nur auf den Ton gehen. Darf ich mal durchschalten mit den Klingeltönen? Da kannst du je nachdem, wie man sich fühlt, kannst du einschalten. Und du siehst, kabellos zu installieren, einstecken in die Steckdose, draußen das mit Doppelklebeband oder festmachen oder verschrauben. Und das ist wirklich auch ideal eben, du siehst, für den mobilen Einsatz steht hier jetzt. Oh, da sind aber schöne Melodien dabei. Da kannst du aussuchen. Da ist übrigens, ich habe es vorhin auch mal durchgehört, da ist ein Kuckuck dabei, da ist ein Türklopfen dabei. Da sind also alle möglichen Melodien. Happy Birthday, Weihnachtslieder, all das. Oh, tolle Sache. Also ich bin ganz begeistert. Natürlich, wie du sagst, auch mal da, wo man vielleicht keine Klingel hat, also zum Beispiel beim Gartenhäuschen oder so, Schrebergarten ist ja auch so ein klassisches Thema. Da kann man das überall benutzen. Oder wenn Sie halt eine Klingel haben, die Ihnen nicht so gut gefällt, einfach nochmal eine anbringen. Das ist eine super Sache. Ja, und vor allem das Optische auch, wenn man, wenn es die Ohren jetzt nicht mehr so mitmachen, ja, wenn man, hast du nicht gehört, es hat geklingelt? Nee, ich habe nichts gehört. Dann machst du einfach das optische Signal. Das übersieht man nicht. Du siehst es hier. Das ist nochmal toll. Aha, da steht jemand vorne dran. Schön ist auch die Reichweite natürlich. Und zwar 100 Meter in freiem Feld. Jetzt, wenn es stark bebaut ist, kann sich das bis 50 Meter reduzieren. Aber 50 Meter Radius ist also schon eine Riesenfläche. Und das zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis 18,91 Euro. Sie brauchen keinen Elektriker, der es irgendwo installiert. Im Raum die Steckdose. Außerhalb habe ich einfach dieses Empfangsteil. Das ist mit Batterie betrieben. Die ist übrigens im Lieferumfang enthalten. Also ich brauche überhaupt nichts. Da ist er, der Kuckuck. Ja, was zum Kuckuck. Ja, es steht jemand vor der Tür. Das ist ja toll. Und jetzt auch ein bisschen Vögelgezwitscher. Also ich glaube, wirklich für jeden Geschmack war es dabei. Und so einfach anzubringen. Und eben jetzt auch für Leute, die nicht mehr ganz so gut hören, das optische Signal, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Oh, ist das toll. Und 32 Verschiedenes. 18,91 Euro für so eine tolle Funklingel. Das ist ja fantastisch. NC 57 16 569. Können Sie jetzt bestellen. Einfach anrufen. 01 80 51 51 3 mal die 2. Dann kommt die innerhalb von 2 bis 3 Tagen zu Ihnen nach Hause. Oh, Happy Birthday. Nein, das ist We Wish You a Merry Christmas. Also auch für die Weihnachtszeit mal einen speziellen Klingelton. Den kannst du ja ändern, wie du willst. Von mir aus täglich. Ja, und das alles für 18,91 Euro. Das ist ein Walzer. Walzer. LCA 57 16 und die 569. Kannst du Walzer tanzen? Ja, ich kann Walzer tanzen. Also gut. 1, 2, 3 und. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Sie können bestellen. 18,91 Euro. Dann können Sie auch Walzer tanzen. Zu Ihrer Türklingel. Schönes Produkt.